jetzt endlich rausgefunden nach wie viel stunden dass ich nachladen kann wie ich nachladen sehr gutes rücksitz manöver direkt nur spiel so okay Komm, du willst doch auch. Komm, du willst die Ecke pieken. Komm! Komm! Komm, du willst es doch auch. Okay, wo gehe ich lang? Wo sind sie? Nee, nee. 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 Sssssh. Ja. Wo ist denn der, Dude? Ach, der ist oben, lol. Schakal, moin. Wo ist die Kleine? Hoppla. Hast du gerade zu mir gesagt, Panther? Ich bin, äh, allen Fights ausgewichtet. Und hab mich früher gedrückt in der Schule. Vor Kräftemessen. Hast du das gerade gesagt? Okay. Der sollte hier ausführen. Du packst das, Ellie. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh je. Wäre ziemlich bald. Okay. Das ist gut, Panther. Ich mach nur Spaß. Ich mach nur Spaß. Nee, hab ich auch nicht. Ach, da komm ich nicht durch. Nee, hab ich auch nicht. Schuh. Mit mir wollte immer keiner. So, das war's. Geht heute auch immer. Noch keiner. Heute geh ich ja auch wenig raus. Boah. Bin ich nicht heute so müde, sag mal. Oh, kein Ausgang. Wie zur Hölle komm ich hier raus? Da muss ich hin. Nee, mit mir will nie einer spielen. Alle wollen immer nur Drops haben von mir. Das liegt am Geruch. Hat mir gesagt, ich stinke? Ich muss kurz den Hohen runter, Schwuppi. So, jetzt. Äh, muss los. Na dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wo ist die Kleine, verdammt? Los, hoch nach unten. Dreckzack. Oh, scheiße. 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 Ah, mieses Arschloch. Da ist sie! Ja. 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 Okay. Das war es jetzt wieder komplett. Ich habe Gehld Urlaub, schadet dem Schlafrhythmus. Keine Ahnung, was Urlaub ist. Oh, scheiße. Geht. Oh, scheiße. Die ist da drüben. Oh, verdammt. Die ist da drüben. Check out of. Oh, scheiße. Wow. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh. Ah, der Higsack. Schön, dass wir darüber geredet haben. Lief jetzt eher super optimal, aber hey. Alright. Wie komm ich hier raus? Ich will hier nicht festsitzen. Alles gut, Ellie. Papa bringt dich schon raus. Oh, wo geht sie raus? Das Mädel braucht Beruhigungspillen. Hm. Sie ist auf dieser Seite der Hütte. Ah, der Higsack. Ach, Engel. Ah, Segway. Ah, Schleiter. Hey, Schleiter! Hey, Schleiter. Oh, Schleiter. Das ist vor allem, Schleiter. Uintre, Schleiter. Ihr kleinen Hodenklons, ihr. Macht ihr nur einen auf dicke Hose, weil ich ein kleines Mädchen bin. Ach du! Ich hab die kleine! Ach, mieses Arschloch. Foki. Moinsen. Foki. Moinsen. Ah. Ah. Na denn? Die werden alle sterben. Wie fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Menschensbeilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen. Und tun, was notwendig ist. Na toll. Und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war... ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Nimm auf hierher. Du lass doch was ein. Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Ja gut, das hat jetzt nicht so funktioniert. Keiles Miststöcke. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Am Freitag kommt meine Wheelbase. Meine neue. Also morgen. Aber damit können wir nichts machen. Oh oh. Joel ist wach, Leute. Oh oh. Ja, wir können den Karton angucken, ja. Das war's. Wer nicht. Wir können den Karton angucken. Das war's. Verdammt. Wo bist du? So schnell? Wann haben wir das bestellt? Gestern? Ja, gestern haben wir die bestellt. Vielleicht haben sie gemerkt, dass sie scheiße gemacht haben. Was noch alles innen rausgeschickt? Ich weiß nicht, ja. Aber sie kommt morgen. Also sie soll morgen kommen. Am Samstag kommt der Sitz. Und dann warten wir eigentlich nur noch auf die Aluprofile. Fünf bis sieben Tage. Da ist wirklich. Wo ist sie hingelaufen? Der Gessen war, weil wir gestern haben wir die neue Real Bases bestellt. Jetzt haben wir gestern gefangen. kann man die anleitung für das weg haben wir machen dann nachher also wir machen sowieso denn noch ein befehl fertig also jetzt gerade habe ich die ihr werdet reden also ich mache das denn noch alles fertig wenn es soweit ist jetzt gerade habe ich nicht fahrrad gali sorry etwas gesehen das ist eine gute base erst bestellt dieselbe noch also fast master tx In der Hoffnung, dass ich keine B oder C oder E oder Y oder whatever Ware kriege. Oh, hab dich arschlob, mach ihn kalt. Hört dich fest. Oh, nicht schon wieder. Scheiße. Oh, du kommst jetzt. Was willst du von mir? Was soll ich? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt zieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Da ist es. Er bestätigt das. Frakel doch. Na los. Ich leg nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Ich glaube, Joel ist sauer. Mach schon auf. Na los, komm. Hör auf damit. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Oh, Boys. Mist. Mann. Was ist denn bloß los mit denen? Was ist denn bloß los mit denen? Ich brauche eine Waffe. Okay. Ich schaff das. Ich trade a hug. Ich habe alles. Hey, Dachsta. Moin. Äh, Sophie. Grüß dich auch. Moin. Wer hat geschossen? Wer hat gefurzt? Ha! 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 Wer hat gefurzt? Ha! Ha! Oh, verdammt! Wie geht's super, Dachser? Äh, ne, mirasam. Ich bin ein bisschen müde heute. Ich hab einen langen Arm gehabt. Das ist sehr lang. Oh, sonst ist es super. Geht wieder bergauf. Die Geschehnisse... Äh... Äh, wie sagt man? Stabilisieren. Das spit já. Guck! Ah! Over here! Be关 auf denDR producerslloffen? Kein Jeremy! Those areys geräuschta şu hinzden. Whygels? Jahrgä francs ... ... Jaw�를. Okay. Oh, sie sind lieber. Oh, sie sind lieber. Der reinste Irrgarten. Hattest du Corona? Wie er es da? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020